Hallo und herzlich willkommen liebe Leute, mein Name ist Captain Q und ich zeige euch heute eine neue Folge von Overwatch. Kurze Rede, langer Sinn, wir werden jetzt die Schnellsuche starten und dann wollen wir mal gucken wie lange es dauert, dass wir ein neues Match bekommen. Ich habe gerade gelesen, dass auf den PTR-Servern nun mittlerweile das Ranglisten-Modus eingeführt wurde. Ich bin gespannt, ich werde dies, ich sag mal, das Wochenende mal testen. Man muss dort Level 25 sein, dann kann man das nämlich testen, ich bin gespannt. Des Weiteren stand auch auf der Internetseite von den Entwicklern, dass man 10 Matches machen muss, damit man erst gewertet wird. Ich bin echt gespannt, was das wird, beziehungsweise ich freue mich schon richtig drauf. Ja und da werden gute Matches für uns dann dabei sein. Lassen wir uns alle mal ein bisschen überraschen. Worauf warten wir noch? So, noch 30 Sekunden warten und dann haben wir es geschafft und dann geht es auch schon los. Willkommen zur Apokalypse. Gleich geht es los. Okay, der steht da echt clever. Das ist echt nicht dumm, was der macht. Das ist echt nicht dumm. Schade, ey. Das Problem ist, man kommt da nicht weiter. Ich werde mal kurz einen anderen Charakter auswählen, damit wir dort reinkommen. Der Gerechtigkeit wird genüge getan werden. So, dann wollen wir mal gucken, was wir machen können. Okay. Dann können wir mal gucken. den haben wir wunderbar erwischt sehr schön so sind wir jetzt wenigstens ein bisschen reingekommen einen habe ich ja da wunderbar noch erwischt gerade und dann wollen wir mal gucken was das noch für eine runde wird so gut da sind wir auch schon wieder so dann können wir jetzt dort einbringen den haben wir wunderbar erwischt sehr schön jetzt brauche ich erstmal ein bisschen heilung ach schade ich wollte gerade die ulti zünden naja gut den punkt den werden wir auf jeden fall kriegen egal was er macht ich lasse mal kurz ein bisschen mein schild laden ich lass mal kurz ein bisschen mein schild laden so jetzt habe ich die mal umgeschobst mal gucken ob die irgendwas machen ich hoffe meine teammates haben dort wenigstens ein bisschen was weg sehr schön sehr schön sehr schön so den punkt den holen wir uns jetzt ach das war ja klar mit seinem blöden ich finde dieser charakter kann absolut gar nichts er kann einfach nur mit seinen granaten sprayen und das war's mehr kann er nicht sehr schön das haben wir gerade noch so geschafft das klingt das klingt das klingt ich lade kurz mein schild das klingt sehr nice das haben wir gewonnen sehr schön sehr schön sehr schön harte runde aber wir haben es so liebe leute wir gucken uns jetzt noch das highlight an und dann werde ich mich auch schon wieder verabschieden ich hoffe es hat euch gefallen ich bin euer Captain Kiyo bis zum nächsten mal tschüss tschüss